Einst waren Yvonne Wölke und Janina Jussefean gute Freundinnen, doch die Zeiten sind vorbei. Nun haben die beiden endgültig öffentlich miteinander gebrochen. Yvonne Wölke lästert über Janina Jussefean. Das Böse schlägt zurück. Es gab Zeiten, da waren Yvonne Wölke, 42, und Janina Jussefean, 41, gute Freundinnen. Doch mit Yvonne Teilnahme bei das große Promibüßen vergangenen Sommer endete die Freundschaft. Der Grund, Janina erfuhr erst aus den sozialen Medien, dass ihre damalige Freundin an der Show teilnahm, obwohl sie dieser zur Teilnahme verholfen hatte. Dabei habe ich sie erst bei den Sendeverantwortlichen ins Spiel gebracht. Und dann hat sie nicht mal den Anstand, Danke zu sagen. Sie hat mich hintergangen und enttäuscht, schimpfte sie damals. Seitdem haben die beiden immer wieder gegeneinander gestichelt, und scheinen es auch nicht lassen zu können. Janina brach sich bei einem Teppichsturz die Nase, was Yvonne wiederum direkt zum Anlass nahm, einen gehässigen Kommentar zu machen. Zu einem Screenshot eines Artikels, der über den Sturz der 41-Jährigen berichtete, schrieb Yvonne, Ups, Karma is a bitch. Gegenüber Bild betonte die Blondine, dass sie die Aussage nicht bereut. Ich stehe zu dem Post, Karma is a bitch. Man sagt doch, wenn jemand einem anderen Menschen etwas Böses wünscht, dann schlägt das Böse zurück. Und sie wollte mir was Böses. Denn, sie hat mir ja unterstellt, ich hätte ihr nicht gedankt, dass ich wegen ihr bei das große Promi Büßen dabei gewesen bin. Sie hat auch noch behauptet, ich würde meine eigene Großmutter für Presse verkaufen. Tja, dafür hat sie sich jetzt, ihre süße Nase gebrochen. Das ist unterstes Niveau. Janina wiederum kann das gar nicht hören. Sie zeterte zurück. Ich habe Yvonne in meiner Hamburger Wohnung Unterschlupf gegeben, als sie Stress mit ihrem Mann hatte, und er sie rausgeschmissen hat. Und habe ihr beruflich geholfen. Jetzt kommt sie mit ihrem beschissenen Karma und verhöhnt mich. Ich habe höllische Schmerzen nach meinem Nasenbeinbruch. Und sie meint, das hätte ich verdient. Wie herzlos kann sie nur sein. Das ist unterstes Niveau. Eine Versöhnung ist für sie damit auch ausgeschlossen. Auf keinen Fall. Wenn die Freundschaft von mir einmal gekündigt wurde, ist sie auch für immer vorbei, stellte sie klar.